Hi, ich zeige dir das Gazelle Arroyo C7 Plus HMB. Das Modell gibt es nicht nur als Komfortvariante, sondern auch als Hellenrad-Variante. Beide Modelle haben den Akku auf dem oder unterm Gepäckträger. Wir haben hier eine Leistung von 500 Wh, sprich eine ausgedehnten, genüssliche Fahrradtour steht hier nicht zum Wege, denn ihr habt eine Reichweite von bis zu 100 km. Dazu haben wir von Bosch den Active Line Plus Motor mit 50 Nm. Hier ein sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr leiser Motor. Ein besonderes Feature bei Gazelle ist definitiv der Lenkervorbau, denn ich brauche hier zum Verstellen kein Wettung oder ähnliches, sondern kann mit dem Gazelle Switch-Vorbau mit einem Handgriff den Lenkervorbau sowohl in der Neigung als auch in der Höhe variieren. Dadurch kann ich meine Sitzposition beeinträchtigen, entweder etwas komfortabler oder aber auch etwas sportiver. Dazu haben wir von Schwabelt den Active Plus Reifen mit einer gewissen Pantschutzschicht montiert, also sprich auch hier die Möglichkeit, dass ich halt nicht so schnell an Platten bekomme. Wir haben von Magura die HS11 hydraulische Felgenbremse montiert. Ganz interessant, geschlossenes System, sehr wartungsfrei. Wir müssen auch hier auf nassen, unbefestigten oder rutschigen Wegen haben wir auch hier einen sehr, sehr kurzen Bremsweg. Dazu eine LED-Beleuchtung sowohl vorne als auch hinten. Wir haben dann klassisch Gazelle, klassisch Holländer einen Mantelschoner montiert. Warum einen Mantelschoner? Nicht nur aus Tradition, sondern wenn man einen langen Mantel hat oder einen Rocktrack oder ähnliches, kommt der einfach nicht in die Speichen rein. Gehen wir weiter runter, haben wir hier direkt ein fest montiertes Rahmschloss von AXA montiert, was mir auch die Option lässt, um eine Einsteckkette zu montieren, um das Rad an einem gewissen Gegenstand anzubinden. Das Wichtige ist oder das Interessante ist einfach hier, den Schlüssel, den ihr nutzt zum Abschließen, könnt ihr auch nutzen, um den Akku rauszunehmen, sprich ein Schlüssel für diese beiden Schlösser. Wir haben hier noch einmal die gefederte Sattelstütze drin, um gewisse Schläge einfach abzudämpfen, dass sie nicht eins zu eins in den Rücken reingehen. Dazu ein geschlossener Kettenkasten, das heißt, hier kommt kein Dreck, kein Schmutz, kein Wasser an die Kette. Auch hier deutlich wartungsfreier. Dann natürlich im Bereich des Gepäcktrackers haben wir hier einen Systemgepäcktracker von MIG. Auch hier gibt es Taschen und Körbe, die ihr mit einem Handgriff montieren könnt und demontieren könnt. Und weil wir jetzt hier ein City-Trackingrad haben, ein e-City-Trackingrad haben, haben wir hier eine Shimano 7-Gang-Schaltung verbaut mit Rücktrittbremse.